Von Isio Erich die Chance schrumpft, auf eines der Schlauchboote nach Europa zu kommen. Die Gefahr wächst, in Libyens Sklaverei, Folter oder Vergewaltigung zum Opfer zu fallen. Einige Menschen riskieren es trotzdem. Für seinen ersten Fluchtversuch büßte Hakims Sternfamilie in Marokko. Das Telefon klingelte, ein Liby war dran. Der Mann sagte, Hakim habe es nicht nach Europa geschafft. Er sei jetzt in seiner Hand. 1000 Dollar, sonst werde der Junge leiden. Hakims Familie überwies. Für seinen zweiten Fluchtversuch muss Stei Hakim um sein Leben fürchten. Der 29-Jährige wollte nicht, dass seine Familie ihn wieder freikauft. Hakim rannte die Liby-Schossen. Projektile pfiffen ihm um die Ohren, schlugen vor seinen Füßen ein. Mit Glück kam Hakim davon. Für seinen dritten Fluchtversuch blutete er. Die Männer, die Hakim fassten, rissen ihm den Mund auf, weit genug, um ein Messer hineinzuschieben. Sie ritzten ihm den Gaumen auf, die Innenseiten der Wangen, die Zunge. Der Weg von Libyen nach Europa war schon immer riskant. Das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt. Die Lage ist noch dramatischer geworden, seit die Europäische Union im Kampf gegen illegale Migration mit der libyschen Regierung zusammenarbeitet und Millionen Euro nach Tripolis fließen. Sicherheitskräfte, Milizen und Gangs versuchen Flüchtlinge zu schnappen, bevor sie in ein Schlauchboot steigen. Nicht nur, um Lösegeld von Angehörigen zu erpressen, sondern nun auch, um direkt oder indirekt Geld aus Brüssel zu ergattern. Den wenigen Migranten, die es trotzdem aufs Meer schaffen, stellt die libysche Küstenwache nach, um sie zurück an Land zu bringen. Dort drohen ihnen erbärmliche Zustände in Haftlagern, Folter, sexuelle Gewalt und Sklaverei. Das belegen nicht nur Geschichten wie die von Hakeem. Das dokumentieren auch mehrere Berichte des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNCR. Die Zahl der Menschen, die es von Libyen nach Italien schaffte, sank von gut 23.000 im Juni auf kaum 6.000 im Oktober. Doch von Null ist sie noch immer weit entfernt? Wie kann das sein? Wer setzt sich diesem Risiko noch aus? Und warum? Die EU unterstützt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNCR, und die Internationale Organisation für Migration, IOM, beim Versuch, Menschen in Libyen, zu helfen. Doch die Kapazitäten sind begrenzt. In Libyen leben Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend Migranten. Mitarbeiter von UNCR und IOM inspizieren die Gefängnisse, haben bisher allerdings keinen Zugang zu den inoffiziellen Hafteinrichtungen der Milizen. Zudem versuchen sie, besonders bedrohten Menschen einen Ausweg zu ermöglichen. Die IOM unterstützt sie bei der Rückkehr in ihre Heimatländer. Eigenen Angaben zufolge half sie in diesem Jahr so mehr als 11.000 Menschen. Das UNCR setzt auf sogenannte Resettlement-Programme. Dabei geht es ausschließlich um Menschen, die gute Chancen haben, Asyl zu bekommen. Das UNCR bringt sie nicht in ihre Herkunftsländer zurück, sondern in sichere Staaten, die sie freiwillig aufnehmen. Eigenen Angaben zufolge sind in der vergangenen Woche die ersten 25 besonders gefährdeten Flüchtlinge von Libyen nach Niger gebracht worden. Von dort sollen sie in aufnahmebereite Drittländer weiterentwickeln.